Pofala Im Kanzleramt war er der Merkel nah, der Merkel nah, der Angela so nah. Mehr konnte er nicht werden, das war ja klar. Pofala Ist er schon weg oder ist er noch da? Pofala Ob er überhaupt da gewesen war? Pofala Im Kanzleramt war er wohl heimlich da, für'n Geheimdienst da, Geheimdienste da. Und abhören für ihn gar nichts Schlimmes war. Pofala Ist er schon weg oder ist er noch da? Pofala Ob er überhaupt da gewesen war? Pofala Pofala Als dann nach der Wahl alles anders war, ganz anders war, ganz anders alles war, War einer als erster zum Einsparen da? Pofala 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 Is er schon weg oder ist er noch da? Pofala 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 Ob er überhaupt da gewesen war? Pofala 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 Ist er schon dick oder ist er noch da? Pofalaralala, Pofalaralala, ob er überhaupt da gewesen war? Pofalaralaralala, als dann nach der Wahl alles anders war, ganz anders war, ganz anders alles war, war einer als erster zum Einsparen da? Pofalaralaralala, ist er schon dick oder ist er noch da? Pofalaralala, Pofalaralala, ob er überhaupt da gewesen war? Pofalaralaralala, jetzt war er wohl viel zu lange da, deshalb ist er nicht mehr, wo er vorher war, hat man ihn entlassen, weil er überflüssig war? Pofalaralaralala, ist er schon dick oder ist er noch da? Pofalaralala, Pofalaralala, ob er überhaupt da gewesen war? Pofalaralaralala, wenn ich jetzt dann mit der Bahn mal fahr, der Bahn mal fahr, der Deutschen Bahn mal fahr, Pofalaralaralala, vielleicht ist er dann irgendwann als Schaffner da? Pofalaralaralala, ist er schon dick oder ist er noch da? Pofalaralala, Pofalaralala, ob er überhaupt da gewesen war? Pofalaralaralala, Pofalaralala, ob er überhaupt da gewesen war?